Musik Das Kampfgewinne Kampfrichter Frau Laura Kahnemann, Rheinland, Herr Peter Stephanos Bayern und Kunstrichter Herr Heiko Schiefke-Sader. Wie Sie merken, Herr Schiefke. Im großen Trikot Josephine Kurschke, Esfrau Warnemünde, die Weltmeisterin 21, Nina Hemmer, AC Göran, Losrhein-Benz-Pfalz. Die Siegerehrung der Frau 62 Kilogramm und 65 Kilogramm sowie Männer 65, 70, 92 Kilogramm. Und Siegerehrung der Herr Kahnemann und 19,NER, die Siegerehrung der Frau 62 Kilogramm und 25 Kilogramm hinaus. Und Siegerehrung der Frau 67 Kilogramm ist auf der Stelle Höhepischke, Esfrau Warnemünde, der Frau 68 Kilogramm ist auf der Stelle und Sie hat die Frau 68 Kilogramm soll都有 Warnemünde davor und sie hat die Frau 68 Kilogramm sind auf der Stelle Achtung, Achtung! Links, Achtung! Achtung, Achtung, Achtung. Hoorack, T-Bach! Zurück wieder Pirlo! Achtung, Rot! P ersten Viert evento Ich gehöre zu uns kurz konzentriert sein, noch der Zwölschritt, immer wieder arbeiten, bewegen, bewegen dabei. Ich gehöre zu einem Ausheber. Ich gehöre zu einem Ausheber. Ich gehöre zu einem Ausheber. Ausheber, ausheber, ausheber! 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 filh! Also lang. 2 Minuten. Ratsch. Alle die Hände! Ratsch. Okay. Schönen wirken zu bleiben. Schönen wirken. Schönen wirken. Schönen wirken. Schönen wirken. Schönen wirken. Wir werden jetzt in der ersten Runde. Danke, Laura. Wir werden jetzt in der ersten Runde. 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 Wir werden jetzt in der ersten Runde.